Moin da draußen! Diesen Monat feiern wir zusammen eine Riesenparty. Natürlich musikalisch und natürlich zu Hause. Celebrations ist das Stichwort. Wieder haben über 200 Musiker aus vielen, vielen Nationen mitgemacht. Vielen Dank dafür! Im nächsten Monat, ich habe es letzten Monat auch schon angekündigt, gibt es was ganz Besonderes. Und zwar werden wir zusammen eine Weltpremiere feiern. Ich habe für uns alle zusammen einen Song komponiert, Together Strong heißt ja, es geht im Kern darum, was wir im Moment durchmachen, dass wir nicht mehr proben können, dass wir uns nicht mehr treffen sollten und dass wir aber durch unsere Musik es schaffen, diese Zeit zu überwinden. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft und deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn im nächsten Monat richtig, richtig viele Musiker aus der ganzen Welt mitmachen bei dem Song Together Strong. Und jetzt erstmal viel Spaß mit unserer großen Online-Party Celebrations. Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!